Ja, das bin natürlich dass ich dass man sich in so dass man in jedem Fahrzeug eine ähnliche anmuten hat Ja, genau So Gut Ihr müsst mich dann in Haschlach den Weg leiten, ne? Furthermore Design 2 4 4 4 5 5 6 6 7 4 7 Das ist ein Auto. Was hast du denn da irgendwo weg? Ne, das ist seit der Generation hat der da oben Modusanzeige. Wenn ich jetzt aus dem Sportbus raus gehe weg, und wenn ich in den Sportbus gehe, dann zeigt der mir das auch wieder an. Wobei doppelt gemoppelt ist. Erstens finde ich es nicht schön und zweitens doppelt gemoppelt, weil ich muss ja die Knöpfchen eh drücken. Das ist Sport-Cronobus. Das ist Sport-Cronobus. Das habe ich noch nie genutzt, weil ich noch nie ein Stück geradeaus so vorhatte, dass ich das benutzt habe, weil er dann so rasend beschleunigt. Da brauchst du einfach ein Stück Straße, wo du sicher bist, dass dir keiner in die Quere kommt. Einfach zu nah, oder? Ja. Für den Tal, dann hast du das. Ja. Für den Tal. Weißt du, wo die Lebenshilfe ist? Nein. Okay. Einfach weiterfahren bis ich Stopp-Sack und dann links abbiege. Gut. Stopp. Da vorne jetzt dann links. Und die Straße einfach weiterfahren. Okay. Und da auch gerade raus. Gut. Hau gerade aus. Schuhlstraße. Kommt da noch eine Schule? Ja, ja. Kann ich die Schule holen? Nee, die ist weiter. Und gerade bei dem Schild da anhaltig, da kann man nicht runterfahren. Genau hier. Hier rechts? Ja. Genau. Okay. Weißt du, wie du nach... ... ...